Ja, moin, hier ist wieder euer Onignore bei Kundendienst. Danke für die vielen grässlichen Kommentare unter der Frage, was ihr die letzte Generation fragen wollt. Und da waren auch viele, die haben gesagt, dass Kommentare gelöscht werden, was ich ein bisschen merkwürdig finde, denn ich habe noch nie irgendwas gelöscht. Jetzt bin ich mal richtig tief in diesem verdammten YouTube-Einstellungsdschungel und tatsächlich gibt es eine Art automatische Lösung. Die habe ich hiermit deaktiviert, das könnt ihr mal hier runter testen. Dann schreibt den ganzen weirden rechtsradikalen Klimaleugner-Shit, den ihr sonst so gerne mögt, irgendwelche Gewaltfantasien. Es wird nichts gelöscht. Andere rechtliche Folgen, die ihr habt, in denen das euer Name ist, euer Account, sonst was, die da irgendwer macht, dafür bin ich nicht haftbar. Aber ab jetzt auf jeden Fall habe ich es technisch gerafft und das heißt, alle Kommentare sind zugelassen. Haut rein. Gut, dann trotzdem nochmal danke für die guten Fragen, die ihr gestellt habt. Werde ich dann demnächst weiterleiten und dann bekommt ihr eine schöne Videoreihe. Bis dahin, euer Unignorierbar Kundendienst.